Dieser Renault Megane mit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Die schwarze Limousine ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelden, Navigationssystem, ESP, Bordcomputer und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 131 PS an einen 6-Gang-Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,0 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017